Hallo zusammen, heute nehme ich euch mal mit in meine Küche. Es steht an, der Filterwechsel meiner Wasserfilteranlage. Was muss gewechselt werden, wie wird gewechselt, wie lange dauert es und wie ist das Ergebnis des Wechsels über die Bestimmung des Mikrosiemens-Gehalt. Jetzt geht's los. Dann wollen wir mal, so sieht er aus, der große Filterwechsel meiner derzeitigen Wasserfilteranlage. Hier haben wir eine Anleitung, wie der Wechsel durchgeführt werden muss. Hier muss eine Neuerung sogar noch mit eingebaut werden, mit so einem Zwischenstück hier. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Und das hier sind die Standardfilter-PCB-Umkehrosmose-Membran, eine Hygiene-4-Einheit, eine Hygiene-2-Einheit. Ich werde jetzt gleich mal meine Stoppuhr anmachen und gucken, wie lange ich für den Wechsel konkret benötige, bis alles erledigt ist. Neue Filter sind bereits drinnen. Die Anlage spürt jetzt. Und so, das ganze dann frisch gewechselt aus. Hier und hier die beiden Kartuschen und die anderen beiden großen Kartuschen besprechen. Hier und hier. Während die Anlage drüben spült, kann ich euch hier bereits die ausgebauten, ersetzten Filterpatronen zeigen, wie sehr, sehr schwer sind sie. Sie sind natürlich voller Wasser, aber mit Sicherheit auch voller Rückstandsstoffe. Es wäre fast mal interessant, hier mal eine aufzusägen. Ja, ihr seht hier diese Drehventile. Das ist wirklich alles überhaupt kein Aufwand. Das hier wird auch nur gesteckt und gedreht. Das ist eigentlich eine völlig easy Geschichte. So, jetzt machen wir noch was Spannendes. Und zwar den Micro-Siemens-Test, der den Gehalt an gelösten Teilchen in einem Wasser bestimmt. Hier einmal eine Probe von meinem Wasserhahn, nicht angeschlossen an die Filteranlage. Wasser aus der Filteranlage vor dem Wechsel der Filterkartuschen und nach dem Wechsel der Filterkartuschen frisch gezapft. Dann schauen wir doch mal. Hier haben wir einen Micro-Siemens-Wert von 590. Wir gehen wieder auf 0. Wir haben hier schon mal einen deutlich verbesserten Wert von 148 vor dem Wechsel der Filterkartuschen. Und jetzt haben wir einen Wert von 64 nach dem Wechsel der Filterkartuschen. Ja, ihr Lieben, das war es von mir. Vom Wechsel der Filter meiner Wasserfilteranlage. Für mich auch immer wieder spannend zu sehen, dass sich dieser Filtereffekt jedes Mal logischerweise reproduzieren lässt. Jetzt erstmalig spannend zu sehen, dass man wirklich auch merkt, wenn man die Filterkartuschen nach einer gewissen Zeit ausgetauscht hat, dass das direkt schon wieder die Filtrationsleistung insgesamt erhöht. Gebraucht habe ich für die gesamte Maßnahme jetzt etwa 25 Minuten. Einen einzigen Schritt des Umbaus, eines Umbauschritts, den man machen soll, habe ich jetzt weggelassen, weil der natürlich im normalen Wechsel nicht stattfindet. Und ja, ansonsten ist das, denke ich mal, ein ganz interessanter Einblick. Und zum Abschluss kann ich mich nur immer wieder dafür aussprechen, dass es für mich persönlich einer der besten Schritte war, etwas für meine Gesundheit zu tun, indem ich eine solche Filteranlage bei mir im Haus installiert habe. Und das ist das, denke ich, sehr, 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 sehr gut.